Damit herzlich willkommen zurück zu Schnupper-Elite. Hallo. Guten Tag. Ich bin so brotig für den Heilfeuerpass, Junge. Hältst du dich bedeckt? Willkommen bei Breath of the Wild. Dota ist einem nicht so guten Klon. Genshin Impact. Bam 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 bam. Ich muss sagen, ich mag die Missione tatsächlich. Auch wenn man meistens immer den Anfang verkackt, aber. Hat er schon den ersten erlümmelt. Ich sehe gerade nichts. Ich nehme den Thompson rein, ne? Witness me! Hier ist aber noch einer, rechts. Er sieht sehr gut seinen Schatten da. Da war es nur eine Enttäuschung. Ich glaube, es ist auch eine Enttäuschung. Ah ja. Von hier aus sieht es nicht mehr aus wie ein Mensch. Sei bloß vorsichtig. Links ist einer, ja. Wenn ich ihn zum nächsten Mal. Also, was ich zum nächsten Mal. Hier, woher ist überall. Und dann ist er ein Blatt. Ich gehe mal mit dem Schlag. Ich gehe mal mit der Fltexte. Ok. Da gibt es einen Blatt. Ich gehe mal mit dem Schlag. Mg 42? Ne, ich hab hier hinten selber eins stehen. Ui, da kommen zwei! Ja, machst du tot? Ja, aber ich habe ja keine Entdeckung, ist das Problem. Ja, ich habe ja keine Entdeckung, ist das Problem. Ja, dass ich sie gerade in deine Richtung gelockt habe. Ja, passiert. Bist du ein Italiener? Oh, da war ein Dritter! Ja, und der hat dich gehört, oder die Shai gehört. Ich hab die Leichen gesehen, als ich sie abgeschossen habe. Aber er hat mich nicht gesehen, tatsächlich. Der eine hier hatte mich kurz gesehen, aber es hat ihm auch nicht viel geholfen. Da, der da. Plonk! Oh! Einer ist hier noch irgendwo. Der ist in die Richtung gelaufen. Das Mg steht da hinten auch noch. Deutscher Lastwagen Opel Blitz. Okay, Mg ist frei. Okidoki. Okay. Mal hier über die Brücke. Kannst du die Ziffern-Taste benutzen, um schnell die Gegenstände zu exit? Aber Q ist viel einfacher. Ja, ne? Erster Punkt der Tagesordnung. Die 8 Achter finden. Ja. Da ist ein Schnupper. Oh, das hat mir schon gesinnt. Oh, das hat mir schon gesinnt. Das ist ein Schnupper wechselte Stellung. Das ist ein Schnupper wechselte Stellung. Ich kann das Ding noch mal leer machen. Soll ich gerade machen? Ich war hier zuerst. Soll ich gerade machen? Ich war hier zuerst. Ich habe hier zuerst gehört. Ich habe hier zuerst gehört. Oh, fuck. Ich kam gerade um die Ecke, als ich mir das Genick gebrochen habe, ey. Das ist jetzt ärgerlich. Ich sehe ihn. Aua. Isoliert. Durchdacht. Ist noch ein Sniper? Der mich gerade erwischt hat, als ich mich geheilt habe. Der mich gerade erwischt hat, als ich mich geheilt habe. Das ist ärgerlich. Ja, ich sehe ihn. Kann ihn aber nicht blockieren. Au, 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 au. Ich glaube, er hat mich auch gesehen. Ja, er schießt in deine Richtung. Shit, wo liegst du denn? Hier drin. Noch ein Sniper. Ja. Ah, ich sehe ihn. Ah, ich sehe ihn. Okay. Also merke dir, wenn du dich gerade halt zueinander erschossen wirst, dann hast du dich umsonst geheilt. Auch wenn das Leben gereicht hätte. ist notiert das war noch dem bisschen wo der eine typ da in den himmel geflogen war gebrüht noch irgendeiner und im tal ist einer jetzt bin ich auch noch abgerutscht hier ich habe die ich mein tag heute weg schon da ist hier oben direkt mit einem mp 40 in den granaten hochschmeißen kannst du macht das am besten du weißt doch ich mache sachen lieber auf schwere art ich habe das gefühl wir haben alle alarmiert jetzt gut möglich ja schlechter sniper ja guck mal da suche das typ hier unten rum zur anderen position da auch wenn die da gerade sehr laut rummeckern auf jeder jenisch immer mit der ruhe Das war's. Der eine Sniper ist schon mal weg. Oh, das ist nett. Ja, warum? Hat die nicht umgebracht? Echt jetzt? Ich glaube, da ist übrigens jemand mit einem Raketenwerfer bei dir. Wie kommst du denn da rauf? Wer schießt hier auf mich? Na unten! Ich ba da bumm! Und der zweite folgt zugleich. Er ist hier irgendwo. Er ist in dem Gebäude da. Bist du in dem Gebäude drin? Ja, ich bin offen Gebäude drauf, ja. Halt die Augen offen. Okay, okay. Ich glaube, das waren alle bei mir hinten. Aber mir noch nicht. Ich hätte ein schönes Lagerfeuer gefunden, das schön abgelegen ist. Das ist ziemlich verwegen. Sind die hinten noch alarmiert? Ja. Könnte sein, dass er noch ein Sniper ist. Wachsam bleiben. Ich habe gerade den Alarm ausgerichtet und er läuft jetzt zur Landmine hin. Ein klassisches Problem. Was wäre das? Hast du einen Blick auf den, der hier beim Gebäude rumlauern soll? Meinst du den? Ja. Ach komm, echt jetzt? Ich weiß, wenn du E drückst, bekommst du so eine Zielhilfe. Ja, die hatte ich auch benutzt. Die war auch auf ihn drauf. Ist auch grau geworden im letzten Moment. Ja. Das geht eh schon. Oh, hier oben könnten wir Lärm machen. Ja, ich habe hier auch einen Generator bei mir. Deswegen hat er nicht sofort reagiert. Einfach weil ich es kann. jóvenes im Moment bin, zu liquide Uhr. Das war schön. Земel. каким leidért ist das? Ich könntefilmieren durchleiten, nicht mehr. Ich könnte in einer Form von Lärmse nehmen. Es haben vielleicht viele California Möglichkeiten für die Termine gelangt. everyone can go in without such others. Was ist die Taste für die Karte? M? Scheint so, ja. Interessant. Ah, bei mir in der Gegend sind noch welche. Oder wieder. Der ist wahrscheinlich reingespawnt. Ich wette hier oben ist ein Sniper. Haltet die Augen auf. Oh hey, Schauschütze, Gewehr 43, passiv 180 Meter. Und ein Raketenwerfer-Typ, nice. Ich weiß nicht, ob ich das so ein Heiß finden würde. War das nötig? Ja, das Sniper ist weg. Glaub ich wurde entdeckt. War das nötig? Ja. Hä? Ich hab den doch getroffen. Was? Hä? Run, Johnny. Meine Fresse. Heute ist echt nicht dein Tag, wa? Nee. Danke.